Und lasst euch von niemandem im nächsten Bullenmarkt sagen, wenn ihr jetzt gerade noch am Start seid und dieses Video hier zu diesem Zeitpunkt vor allem guckt, dass ihr Glück hattet. Ihr hattet kein Glück, man hatte kein Glück, wenn man hier Bitcoins gekauft hat. Alle sagen, es geht tiefer, man sieht, wie viele negativen Schlagzeilen geht. Das hat nichts mit Glück zu tun und wenn ihr auch lange gehalten habt, hat es nichts mit Glück zu tun, dass ihr dann nicht vorher Panik bekommen habt oder verkauft habt oder Gier hattet. Erinnert euch zurück an diese Worte im nächsten Bullenmarkt. Vielleicht kann ich ja im nächsten Bullenmarkt, wie gesagt, wir sind bei 16.000 Dollar, alle sagen, es geht noch tiefer. In zwei bis vier Jahren auf dieses Video zurückzeigen und zeigen, hey Leute, keiner von uns, der jetzt hier investiert hat, hatte Glück. Sondern es hat viel mit Conviction zu tun, alle schreien für tiefere Kurse. Ich kaufe Bitcoins, ich bleibe weiter bullish und auch wenn wir weiter tiefer fallen, werde ich immer mehr und immer mehr Bitcoins kaufen. Das war's von dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen.